Also ich hatte, habe ich im Moment nicht mehr drin, aber ich hatte auch mal eine Geschichte zum Thema Prostitution im Programm. Und in den anderthalb Jahren, wo ich das gespielt habe, hat mir einmal ein Mann eine Mail geschrieben, dass ihm das nach meinem Programm tatsächlich aufgefallen wäre, wie wahnsinnig positiv das in den Medien dargestellt wird, dass Frauen als Prostituierte arbeiten. Und da denke ich mir, wenn ich den einen schon mal erreicht habe, da bin ich schon zufrieden drüber. Weil der redet ja vielleicht auch mit Freunden. Also...